Frisch verliebt bei Instagram. Er hält sie ganz fest im Arm, sie kuschelt sich ganz nah an ihn heran. Moderator Ant Anstett teilt sein erstes Selfie mit Schauspielerin René Zellweger. Erst seit wenigen Monaten ist bekannt, dass die beiden Promis starten. Jetzt endlich gibt's das erste Selfie für die Fans, inklusive einem süßen Kompliment, das René mächtig freuen dürfte. Ihre Liebe ist Instagram Official. Kennengelernt hat sich das Paar offenbar am Set von Arndts neuer Show Celebrity UU Joyride. Genau dort entstand auch das erste gemeinsame Selfie der beiden Stars. TV-Moderator Ant scheut dabei nicht zurück seiner Liebsten ein Kompliment in aller Öffentlichkeit zu machen. Die unglaublich magische René Zellweger schreibt der verliebte 42-Jährige unter das Foto. Aus Romanze wird Beziehung? René Zellweger und Ant Anstett treffen sich offenbar seit Anfang 2021 regelmäßig. Wurde anfangs noch über eine Romanze zwischen den beiden spekuliert, ist jetzt offenbar klar. René und Ant sind glücklich zusammen, und nicht nur das, sie haben beide das Gefühl endlich ihren Seelenverwandten getroffen zu haben, erklärte erst vor kurzem ein Insider gegenüber der As-Weekly. René Zellweger ist übrigens noch nicht auf Instagram. Wer weiß, vielleicht bringen die Schauspielerin ja ein paar mehr Komplimente ihres Freundes und demnächst in die Social Media Welt.